Ich möchte was krass sagen. Ich bin der einzigste Mann in dieser ganzen Villa, der noch nicht mit meiner Frau im Bett geschlafen hat. Mensch, dann... Ganz alleine. Seid hier im Bett, ganz alleine. Alter, das ist mein Platz. Ah, ja, stimmt. Ich kann es dir zeigen, wenn du willst. Ja. Hier ist mein Bettchen. Hier, gell? Ja, schau, ich bin der Einzige, der auch mit Schlafanzug schläft. Einfach im Pyjama-Dach. Ich bin auch im Pyjama-Mensch. Ich lüfte da aus. Bis jetzt sieht es extrem gut aus, für Sie in meinem Ranking. Wenigstens hast du das Bett auch so halb gemacht. Ja, dass du lüften kannst. Ich lüfte das sogar aus in der Früh immer. Ich hänge das da draußen am Meer hin und so. Richtig. Als Mensch mit Hygienetik natürlich ganz wichtig. Willst du mal meinen Kleiderschrank sehen, wie sauber der eingeräumt ist? Ja, komm, zeig's mir mal. Das will ich sehen, wie sauber du hier unterwegs bist. Ich verstehe mich voll gut mit ihm. Schau mal, ich hab hier meinen Bademantel. Ich hab auch einen Bademantel. Nein. Doch, ich bin so ein Bademantel-Mensch. Ich liebe ihn. Ich auch. Das ist 100%ig ein Perfect Match. Wenn das kein Perfect Match ist, zweifle ich an den Psychologen. Ich muss es direkt so sagen. Dann müsste man noch mal nachkontrollieren, wo, wann dieses Examen auch ausgestellt wurde. Sogar mein Koffer ist hier noch. Guck mal. Den hab ich in weiß. Echt? Das ist ja krass, unsere Gemeinsamkeit. Also wir haben auch gemerkt, dass wir einige Gemeinsamkeiten haben. Ja, ich bin im Verkauf. Also ich hab auch eine eigene Firma. Okay. Für? Und Staubsauger. Das sind so Luxus-Staubsauger. Meinst du H***er? Boah, du bist krass. Ich hab einen. Echt? Ja. Das muss ein Perfect Match sein. Geht gar nicht anders. Das glaub ich jetzt nicht. So. Ja, okay. Dann kannst du schon in meinem Bett schlafen. Das ist nicht schlimm. Ich mag einfach dem Fabio sein Humor. Ich hab das Gefühl, dass wir da so ein bisschen auf der gleichen Wellenlänge sind. Ich glaub's gar nicht. Warum? Das ist ja krass. Für mich auf jeden Fall eine Bereicherung. Das haut mich jetzt voll weg. Warum? Wirklich. Ich schlafe jetzt jeden Tag neben dir. Ja, dann sollen wir das so vereinbaren. Okay. Okay. Hand drauf, okay? Machen wir das so. Okay. Okay. Die zwei Sauberen unter sich. Ja, ja. Das ist echt so. Okay. Besser kann ein Staat nicht starten.